Ja Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution und heute werden wir gucken, ob unsere Einschienenbahn es wirklich bringt, ob da wirklich welche mitfahren, ich hoffe schon, aber ich glaube man kann das glaube ich gar nicht sehen, malerweise kann man bei Attraktionen sehen, wie viel da mitfahren, aber globale Transportbewegung 100%, das heißt wir kommen überall hin. Das ist schon mal gut. Station 3, Anzeige anzeigen, achso. Yay! Guck mal, da laufen die alle zu Fuß, die Deppen, die können doch damit fahren. Aber schön mit den Bergen da hinten und alles, das hat schon was, das hat schon was, so. Neues vollständiges Gnob, Triceratops. Oh, wir haben Triceratops vervollständigt. Sehr schön, dann können wir direkt weitergehen. Das ist aber... Wo ist der Rest hin? Ist das andere schon ausgeschöpft, kann das sein? Das ist gut möglich. Aber gut. So, die Einschienenbahn läuft, haben wir noch irgendwas Neues? Hm, Brunsel kann nur ein Ding ins Gegens gebaut werden, okay. Ja gut, der Rest ist schon eher spielbar. Restaurant haben wir noch nicht, ne? Machen wir ein Restaurant am besten hier direkt. Können die Leute nämlich schön essen gehen, währenddessen sie auf die Dinos warten. Kein Strom. Dann können wir hier noch das letzte Upgrade machen. Aber wir können das noch verbessern, ne? Wir können die Leistung nochmal verbessern. Okay. Jetzt haben wir ungenutzt einen Strom 8. Aber es geht, glaube ich, nicht anders, oder? Ich glaube, das würde noch funktionieren, wenn wir den hier machen, ne? Nein. Würde ist nicht. Dann machen wir Stufe 2. Stufe 2. Wie, kein Strom. Wo ist denn kein Strom? Äh? Falsch, glaube ich, wie ich alleine spiele. Macht alles einfach weg. Gut. Dann müssen wir jetzt unseren neuen Bereich füllen. Hä? Achso. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas stimmt da nicht. So. Brutkasten. Wir brauchen natürlich noch einen zweiten. Ich will nämlich von jedem, die nur mindestens zwei haben. So. Dann kann das Team mit dem Betäuben anfangen. Und dann schicken wir ihn rüber ins neue Gehege hier. Kann man aber leider noch nicht reinschauen. Vielleicht sollten wir das noch ändern. War das hier? Ja. Oh, neu. Beobachtungsplattform. Ein erhöhtes Fenster zur Vergangenheit, das die Dinosaurier-Sichtbarkeit für die Gäste erhöht. Kann direkt an Gehegezäune angeschlossen werden. Das Problem ist, man sieht da nicht wirklich viel. Aber umso mehr hier in der Mitte. Also wir brauchen hier das alte Ding. Na komm, ich habe gesehen, dass es irgendwo ging. Da geht es doch irgendwo. Da ging es gerade. Perfekt. So, haben wir eine gute Einsicht auf das Gehege. Wir haben da natürlich keinen Strom. Ja. Wie sieht es hier aus? Ungenutzter Strom. Holy shit. Okay. Dann gehen wir doch hier einfach rüber. Setzen hier direkt an. So. Perfekt. Und dann müssen wir hier ein bisschen umplanen, glaube ich, ne? Kann ich das... Ne. Das muss ich komplett löschen. Okay, dann machen wir folgendes. Das hier wird gelöscht. Alles wegen dem Weg. Ich habe keine Ahnung. Machen wir uns erst den Weg weg, dann das. Und dann muss das Restaurant leider nochmal weichen. Und das hier muss leider nochmal weg. Und das hier muss leider nochmal weg. Und dann noch ein großes in die Mitte. So, jetzt fehlen nur noch die Wege und dann ist alles Tudi. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das plane. Dann kommt nämlich dieses Stückchen weg. Ja, perfekt. So. Und dann brauchen wir das Restaurant nochmal. Restaurant. Ah, es passt perfekt hin. Das. Wenn wir es so seitwärts machen, das wäre natürlich optimal. Aber gut. Und jetzt nochmal müssen wir uns zum Strom kümmern. Das kommt dann hier einfach an die Seite. Schön krebserregend für alle. Sehr schön. Ungenutzer Strom 5. Sehr schön. Gewinn pro Minute durch Attraktion minus 26. Kriege ich hier etwa nichts? Ich wollte eigentlich das Ding hier nehmen. Ich meine, du kannst hier alles sehen, ne? Aber es macht ja wie kein Gewinn. Minus 26. Wieso Minus? Ja, Unterholzkosten. Stimmt. Na gut. Äh, direkt weiter. Wir müssen... Ankylosaurus noch zu Ende machen. Jetzt regnet's auch noch. 207. Sehr schön. Es geht wieder hoch. Ein Dino müssen wir noch freilassen. Ah. Apropos. Ein Dino schläft ja noch, ne? Transport. Also bringe die Dinos, die keiner will, dahin. Nur weil sie sich nicht ausstehen können. Ich hoffe, das wird ihnen da gut gehen. Aber müsste eigentlich... Ist endlich genug Platz. 613. 613. Alter Schwede. Nur wegen den zwei Gebäuden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Kann man wirklich viel sehen. Vielleicht noch von der anderen Seite ein Gebäude. Ähm... Ja, ein Gebäude müsste reichen von der anderen Seite, ne? Werden so'n Ding jetzt geh ich jetzt bauen? Genauso wie ich das hinmachen spiele. Danke. Ja. Perfekt. Dann können wir einfach alles sehen. Ja, müssen wir nur mit Strom versorgen, ne? Ja, war klar. Ja, es war klar. Packen wir das hier rein. Da stürzt ja bestimmt keine Dinos, oder? Das stört die nicht. Können wir es nämlich super im Wald verstecken. So. Stromverbrauch 3. Das heißt, wir haben hier nur noch ungenusster Strom 1. Hier in der Ecke können wir nichts mehr bauen. Das würde unser Strombudget leider sprengen. Aber guckt mal, wie viele Leute hier rumbandern. Fahrt doch mit den Zügen. Ich kann doch hier nicht zu Fuß laufen. Wozu hab ich die Züge? 787. Nice. So. Direkt die Fossilien. 100%. Toll. Danke für ein Lichtspiel. Ähm. Ja gut, wir haben eigentlich genug für den Ankylosaurus, ne? Was haben wir jetzt noch nicht? Den haben wir jetzt zu Genüge. Den haben wir zu Genüge. Wie viel haben wir davon? Ich glaub, äh... Bestand hängt auch... viel davon ab, wie groß... äh... das Gehege ist, ne? Ne, wir haben auch keine Triceratops. Okay, dann bauen wir jetzt diese zwei Triceratops. Tops. So. Genom-Minifu modifizieren. Mal gucken, haben wir hier schon irgendwas gemacht? Wir haben hier die Wüste drin. Anscheinend haben sie auf Islamataceros die maximale Bewertung erreicht. Ich würde jederzeit mit ihnen arbeiten. Ich weiß, ich weiß, ich bin das Beste. So. Direkt mal betäuben. Und dann die Forschung weiter antreiben. Gebäude-Upgrades. Äh... Was haben wir hier noch? Oh, hier unten kann man kaum was sehen. Mal mach mich hier erstmal auf den hier. Halt! Moment! Moment! Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Wieso brauche ich Forschungsteams dafür? Hä? Äh... Ach so. Weil es gerade schon Bearbeitung ist. Mitsch. So, wie sieht es eigentlich aus? Meine Inselbewertung hat sich wieder verschlechtert. Wir müssen hier noch ein bisschen... Stromausfall. Geil. Wir müssen noch ein bisschen was in das mittlere packen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Äh... Aufträge. Da. Neu Auftrag. Wir brauchen Unterhaltung, genau. Erlauben Sie einen Triceratops, einen Ceratosaurus, im Kampf zu töten. Äh, gut. Dann werden die hier wahrscheinlich kämpfen, ne? Ich muss einen Ceratosaurus herstellen, der kacke ist. Äh... Also, was haben wir denn hier so schönes als Auswahl? Angriff... Angriff muss runter, ne? Lebensfähigkeit, Bewertung. Belastbarkeit muss auf jeden Fall runter und... Dann geht der Angriff hoch. Belastbarkeit 25. Hä? Ach so, 55 meine ich. Wollte gerade sagen. So, 48. Da geht aber der Angriff mit hoch, ne? Die Verteidigung darf auch nicht hochgehen. Es ist schwer. Und wenn ich die Gene komplett wegnehme, kann ich das? Ah, 0 gehen, klar. Okay, ähm, ich hoffe, der ist dann stark genug. Ansonsten müssen wir halt noch einen stärkeren Triceratops bauen. Und das wird nicht einfach. Wieso haben wir jetzt hier Stromprobleme? Ja, gut, so lange kann ich warten. So lange kann ich warten. So lange muss ich warten. Aber ich... Wieso nimmt ihr auch noch... Die brauchen wir nicht ganz ehrlich. Hier gibt's keine Stürme. So ein Schwachsinn. Ist überall Stromausfall. Und das eine Minute lang. Minus 30. Na, solange das hier jetzt nicht drunter leidet, ist mir das egal. Wobei, ich hab ja nicht mehr als genug Geld. Äh, sehr hohe Vierfall. Sehr schön. Annehmbares Wohlbefinden. Wohlbefinden. Wie mach ich das Wohlbefinden besser? Viersorgestrafe. Vielfaltstrafe hab ich gar nicht. Die Sauerjahrsichtbarkeit 47%. Man kann sie alle sehen. Hallo? Spaßbewertung 47%. Boah, ich hab doch gute Sachen. Ah, die können hier auch nicht reingucken, ne? Na gut, da wir jetzt, äh, den Dingenskirchens weggemacht haben. Ähm, den Stromabwehrdingens. Können wir hier eigentlich auch reingucken lassen, ne? Ja, mit reingucken ist schwer. Ja, da kann man nicht reingucken. Egal. Äh, Transportteam. So, und dir geht's gut hier? Hast du irgendwelche Leiden? Streift umher. Geborgenheit ist gut. Bestand hat ordentlich sozial. Man braucht auf jeden Fall einen Freund. Nahrung hast du, Wasser hast du. Solltest eigentlich keine Probleme haben, ne? Die Dinosaurier-Sichtbarkeit ist hoch. Die Gäste genießen. Huuuuh. Das wollte ich doch wissen. Die Dinosaurier-Sichtbarkeit 87%. Klar. Weil wenn hier ein Dino drin ist, dann sehen die das natürlich nicht. Wir brauchen eine Arena, die sichtbar ist. Und diese Arena könnten wir eigentlich hier hin bauen, oder so, ne? Ich brauch einen Platz für eine Arena. Ich weiß, was wir machen. Wir machen hier einen zusätzlichen Zaun. Weg mit seinen Leertasten. Hallo? Bau doch! Wo sie dann kämpfen können. Ich meine, im Endeffekt sollen die da nur kämpfen. Die sollen da nicht essen, oder so. Sobald die da auch keinen Wald haben, oder alles. Ah, egal. Okay, sind sie beide fertig. Dann lassen wir erstmal den hier frauen. Und dann hoffen wir, dass das gut laufen wird. Haben wir hier nämlich die kleine, schicke Arena, ne? Ich hoffe, die machen das hier nicht kaputt. In Panik. Der hat Angst vor dem. Und wie schnell die Geborgenheit bei dem auch runtergeht. Guckt euch das an. Wie hoch einfach dieser rote Balken ist. Dann transportier du den auf jeden Fall mal da. So, dann holen wir den nächsten raus. Ich hoffe wirklich, dass er schwach genug ist. Ich gebe mein Bestes. Nein, ich will die nicht fliegen. Oh Gott. Oh, ich hasse das, wenn ich das mache. Das ist so verwirrend. So, wo bin ich jetzt? Okay. So, dann betäube ich ihn mal. Die Geborgenheit geht auf jeden Fall runter. Aber er hat was zu essen. Wobei es jetzt leer ist. Fahre zur Futterstation. Und direkt mal auftanken. So, das erste Ziel. Geht schon mal in die Arena. Jetzt fehlt nur noch der zweite. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, der Triceratops schafft es. Ich hoffe, es ist inständig. Wie verbaut. Achso, ich kann ihn schon. Mal wohin checken. Produkt wird eingesammelt. Okay, die Arena geht los, Leute. Wir müssen nicht schaffen, dass der Triceratops einen Ceratosaurus tötet. Puh. Machen wir erstmal hier weiter. Das Problem wird echt die Geborgenheit sein, ne? Reicht das, wenn ich da eine kleine Pfütze hinsetze? Kein Weg. Ein paar Bäumchen. Produkttransport beendet. Wird das kleiner oder größer, wenn ich das anmache? Größer. Super. So sieht man doch nichts mehr. Wir haben die Aufgabe, nein, die Mission, diesen Tieren ein optimales Umfeld zu bieten. Ihr Lebensraum ist viel zu klein. Die soll da kämpfen! Ist mir doch egal. Ich meine, ich kriege jetzt natürlich eine Strafe dafür, aber hey. Nachschubanfrage bestätigt. So schnell bricht der ja nicht aus. Einverstanden. Und der Showdown kann beginnen. So richten wir mal die Kamera aus. Los geht's. Guck mal, die wollen da unbedingt rein zu dem Triceratops. Und wie hat der Helikopter anguckt? Produkt wurde transportiert. So, Triceratops, du schaffst das. Oh, ich dachte, er kräftet ihr jetzt sofort an. Das wär's gewesen. Oh, so ein kleiner Überraschungsangriff. Kritischer von hinten. Weiß nicht, von wo... Ihr steht nebeneinander. Wollt ihr nicht kämpfen? Aber der bricht doch gleich aus. Streift umher. Ihr sollt kämpfen! Weißt du, ich hätte euch da hinten auch kämpfen lassen können. Aber ich mein, wir wollen doch auch Zuschauer haben. Oder ich mach das da hinten ein bisschen größer. So, dass wirklich Zuschauer dabei sein können. Bei der Arena dabei sein können. Wenn wir da die Arena-Kämpfe machen. Seid ihr jetzt so beschäftigt, irgendwie zu kämpfen? Ich weiß es nicht. Na gut, dann müssen wir uns jetzt hier rumkümmern. Ja, das scheiß Gefälle ist da, ne? Hier hab ich natürlich die Einschienenbahn hingemacht. Hm. Hier ist ein bisschen ungünstig. Entweder ich packt hier ein Schienenbahn um, oder... Ich weiß auch nicht. Ist echt blöd. Und die wollen auch nicht kämpfen. Wenn ich ausbrechen, hab ich ein Problem. In Panik. Wer soll jetzt kämpfen? So würde das nichts. Was ist denn beim Ranger-Team? Wo ist das Ranger-Team? Füll da auf. Das hängt bestimmt irgendwo fest. Mein Verhunger, meine Tiere. Ach, da ist das Ranger-Team. Dann müssen wir sie hier kämpfen lassen. Na ja, dann... Ich kann die ein Schienband an und da nicht umpacken. Aber ich muss rein theoretisch. Oder das Forschungszentrum. Weil es bringt mich auch nicht weiter. Oh, das wird jetzt schwer. Das würde ich erreichen, wenn der da irgendjemand kommt. Aber das ist die Terrorbeschränkung. Ich kann es nur probieren. Ich meine, der würde ja vollkommen ausreichen, ne? So. Öh. Der sieht so ungünstig. Ich will jetzt hier nämlich... Mh... Mh... So. Eine hübsche Kurve reinpacken. So. Und in dieser Kurve... Muss dann das Ding hier reinpassen. Die sind falsch rum. Ja, das ist das Problem. Genau das will ich nicht. Ich will nämlich, dass sie alles sehen. Und schon ist die Einschienbahn wieder im Weg. Geil. Ja, so geht das hoch, ne? Oder kann ich da eventuell auch das reinpacken? Verbaut. Verbaut. Wieso ist das verbaut? Ist doch nicht verbaut. Wo ist denn das bitte verbaut? Wir haben doch einen Arsch offen. Also sehen die auch nicht wirklich viel, ne? Ich muss weiter nach hinten. Ich muss das Gehäge noch mal ein bisschen verändern. Nein, nein, nein. Ich brauche einen Zaun. Da hat die Maus grad nicht mitgespielt. Elektro-Schaun. Wir machen das nämlich jetzt so. Ich muss nämlich niesen. Das ist grad unschön. Ist das jetzt alles zusammen? Ich hab keine Ahnung. Scheint zusammen zu sein, ne? So, wenn wir jetzt hier am Ende... So ein Ding jetzt krieg ich jetzt hinbauen, ne? Ja, guck mal. Wunderschön. Man sieht zwar nicht alles. Müsste halt das Ganze noch mal ein bisschen schiefer machen. Aber wir sind da dran. Wir sind da dran, Leute. Wir haben es gleich optimal hingekriegt. Hier nehme ich so eine kleine Schieflage hin. Und dann dürfte das funktionieren, ne? Ja, guck mal. Perfekt. Jetzt muss ich alles nochmal um in der Neu. Ah, nein. Warum tust du mir das anspielen? Ob ist deine Steuerung manchmal so kacke, dass man weinen könnte? Ah, Betriebsgebäude. Nein. Gäste. So, perfekt. Die Räder ist vorbereitet. Wir haben noch Stromprobleme, weil da etwas nicht verbunden ist, weil ich das hier in der Lefayent habe. So, Strom... von hier... von hier... nach da. Perfekt. Dann sieht man das kaum noch. Super. Du hast auch Strom. Benötig Strom. Du hast doch Strom. Hier. Aber jetzt hast du Strom. Oder auch nicht. Was ist denn mit dem Ranger-Team los? Was macht es denn? Okay, wir müssen erstmal Transport-Team. Schickt sie mal zurück. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ah, ist echt zum Durchdrehen hier. Produkt muss eingesammelt werden. Du warst jetzt nicht wegen dem Zaun die ganze Zeit. Der Zaun hat ihn gestört. Ich fass es nicht. Guck mal, wie gierig da der direkt hinläuft. Na gut, dann haben wir immer noch Stromprobleme. Ich weiß nicht, warum. Da ist ein Stück Zaun zu viel. Ich weiß nicht, warum. Wir haben hier ungenutzer Strom Null. Okay. Ich sehe schon. Jetzt haben wir auch noch einen Kranken. Geil. Wo ist der? Maus. Ich schwöre es dir. Ich tausche dich aus. Jetzt hilft mich auch noch die Maus. Jetzt muss ich da auch noch hin. Ranger-Team. Da müsste er auch noch hin. Oh Gott. Und das muss ich auch gleich noch nachfüllen. Kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Guck mal, was hier los ist. Und wo fehlt noch Strom? Und wo fehlt noch Strom? Da fehlt noch Strom. Geil. Eines der wichtigen Sachen. Was habe ich hier für Gebäude? Ich habe hier noch ein kleines Kraftwerk. Ich habe hier noch ein kleines Kraftwerk. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt läuft doch alles wieder rund. So, die Arena ist noch vorbereitet. Bitte allein treten. Die Vorführung wird in Kürze beginnen. Wie hier einfach keine Sau rumläuft, ne? Wie sie sich überhaupt nicht für die Pflanzenfresser interessiert. Wasser ist essentiell und ihre Dinosaurier brauchen reichlich davon. Warum sorgen sie sich nicht um ihre Bedürfnisse? Die sind doch gerade erst da reingekommen. Da habt ihr Wasser. Ich hoffe, das reicht. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Grasland für den Dude. Reicht dir das? Das reicht natürlich nicht. Wald hast du mehr als genug, ne? Dann nehmen wir die einfach ein bisschen Wald weg. So, und machen dafür Grasland. Ah, wie sieht es bei dir mit Wald aus? Grenzwertig. Ich rate Ihnen, ihre Tiere stets ausreichend zu füttern. Vor allem in Situationen wie diesen. Das ist doch keine Ahnung. Äh. Du kannst ja trinken, ne? Das ist ja gar kein Problem. Ich bin echt überfragt, wie ich das hier noch regeln soll. Mehr Grasland geht wirklich nicht. So knapp! Was macht man nicht alles? Vor allem ist jetzt die Sicht natürlich wieder voll für den Arsch. Da hast du ein bisschen Wald. Ja, so ein bisschen Grasland. Bist du jetzt glücklich, Kleiner? Möchtest du jetzt kämpfen? Geht doch. Woher ich jetzt kämpfe? Oder habe ich dich zu der Pussy ausgebildet? Habe ich es geschafft, Pflanzenfresser und Fleischfresser zu vereinen? In Symbiose zu leben? Das wäre doch mal was. Er hat wenig Gesundheit. Schlag zu, Kleider! Bevor er noch mehr Gesundheit hat. Ich nehme dir das Essen weg. Streif du mehr. Er steht da rum. Ich glaube, die wollen nicht kämpfen. Ich brauche einen kleinen Aggressionslevel. Durch den Hai müsste er eigentlich aggressiv werden, oder? Da steht nichts von wegen Aggressivität. Das ist das Problem. Angriff, Belastbarkeit, Angriff, Verteidigung. Ja, ich weiß. Sehr ansiedlich. Das war mal Angriff. Ich weiß nicht, was macht ihn denn aggressiv? Oder kann ich einen Triceratops-Aggressiv machen? Okay, wir gehen mal auf das Alpin-Mustan, hä? Dann haben wir hier Angriff. Ja, aber die Verteidigung soll ja auch nicht runtergehen, oder? Und ordentlich Verteidigung. Ich will aber nicht, dass der Angriff darunter leidet. Dann ist das hier schon in Ordnung. Er ist eigentlich schon perfekt ausgebildet, aber die kämpfen nicht gegeneinander. Und ich weiß aber nicht, warum. Ich nehme ihm sein Essen weg. Was? Wenn er nämlich Hunger kriegt, wird er ihn schon angreifen wollen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Das ist nämlich der Plan. Oh Gott, wir sind schon lange über das Jahr, Freunde. Wir sehen uns am Freitag wieder zu einer neuen Folge. Holy shit, 40 Minuten, sorry. Passiert. Haut rein, euer Zero. Tschüss.